Herzlich willkommen an diesem sonnigen Morgen hier in Neumarkt. Heute wird eine neue Filiale vom DENER eröffnet. Es haben sich schon Leute versammelt und wir schauen natürlich auch mit rein. Wir waren sehr angenehm überrascht über den hohen Zuspruch unserer Kundinnen und Kunden aus Neumarkt, obwohl wir Frost hatten heute Nacht. Ja, wir haben eine gute Mischung, glaube ich, aus verschiedenen Bereichen, Sachen Garten, Gartenpflanzen, Gartenzubehör, natürlich auch Tiere. Es ist ein toller Andrang und die Leute sind, glaube ich, sehr neugierig gewesen und wir haben uns sehr gefreut auf so viele zahlreiche Besucher schon am frühen Morgen. Ganz herzlichen Dank an die Neumarkt.